Musik Das Bäckerhaus Freitaus-Bempflingen ist eine Handwerksbäckerei mit Backtradition seit 1927. Wir sorgen im Raum Nürtingen, Metzingen, Reutlingen und Stuttgart täglich für frische, natürliche Brote und Brötchen. Zum Beispiel unser Brot aus dem noch traditionell von Hand befeuerten Holzbackofen. Unserer Region und insbesondere dem Biosphärengebiet Schwäbischer Alb fühlen wir uns sehr verbunden. Wir sind eine große Bäckerei, aber kein industriell arbeitender Großbäcker. Gerade weil wir größer sind, können unsere Bäcker so viele unterschiedliche Teige herstellen. Zum Beispiel jeden Tag fünf verschiedene Natursauerteige. Gerade weil wir größer sind, können wir so viele verschiedene Brote und Brötchen anbieten. Brote und Brötchen, die ausschließlich mit natürlichen Zutaten und Rohstoffen handwerklich gebacken werden. Bei uns beginnt Qualität schon mit der sorgfältigen Auswahl der Zutaten. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Herkunft der Zutaten aus unserer Region. Unsere hochwertigen Zutaten werden täglich frisch für unsere Teige verarbeitet. Das Getreide für unsere Vollkornbackwaren wird in unseren eigenen Steinmühlen täglich frisch geschrotet und gemahlen. Das ist für uns Qualität. Außer Roggenvollkornschrot geben ganz viele Walnuss- und Haselnusskerne dem Waliser Nussbrot seinen besonderen Geschmack. Das von uns selbst entwickelte Rezept vereint unseren Anspruch an Geschmack und Natürlichkeit. Unser Festhalten an traditioneller handwerklicher Backkunst hat Konsequenzen. Die Eigenschaften natürlicher Rohstoffe unterliegen permanenten Schwankungen. Der Teigherstellung schenken unsere Bäcker daher ihre volle Aufmerksamkeit. Mit jahrelanger Erfahrung wird sorgfältig jeder einzelne Teig zubereitet. Es ist die Leidenschaft unserer Spezialisten, die stundenlangen Ruhezeiten bei genauen Temperaturen streng zu kontrollieren, damit sich später das ganze Aroma entfaltet. Die Original-Feitbrezel hat dünnere Ärmchen und wird mit 3,5%iger Vollmilch gemacht. Die händische Herstellung unserer Dinkelseelen, Dinkelchen und Dinkelkrüstle, die handgeflochtenen Hefezöpfe und Hefekränze, das alles sind Beispiele für die traditionelle Handwerkskunst, die man einfach schmeckt. Auch nach dem Backen geht es für uns weiter. Wir überprüfen unsere Backwaren regelmäßig auf Qualität und Geschmack. Wir sind stolz auf unser Team aus hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jeder einzelne von Ihnen lebt die handwerkliche Philosophie unseres Hauses. Und jeder einzelne gibt Tag für Tag sein Bestes für unser Ziel. Eine leckere, frische Brezel auf Ihrem Frühstückstisch. Das program requirements für uns wiederholfen zum automated nenhuma pepper schlecht! Geil zu das. Bis zum Beispiel. Verge creep Always. Verge. Verge.